so ich bin wieder hier bei meinen verwandten ja nachdem ich ja letztes mal ausgemacht habe ich versuche das mal zu zeigen kurz eben bin hier auf hilfe gegangen und hat mal so ein paar ja also die ersten sagen immer durchgeguckt wenn ich zum beispiel hier auf bewegung gehe dann wird hier angezeigt wie ich mich bewegen kann wenn ich tatsächlich drücken muss oder auf attacken steht auch nur die erhalte x gedrückt um auszuweichen und blablabla oder ich sag mal intelligent hier als beispiel steht auch dran was ich drücken kann und so weiter und das geht überall dann hierbei keine ahnung bei klaren steht einiges oder hierbei angst und so und überall steht was ne handhabung und so weiter wie man was machen kann ja das habe ich alles durch gelesen und ich hoffe mal dass ich jetzt die tasten ein bisschen besser kennenlernen kann kennengelernt habe oder wie auch immer aber trotzdem muss ich auch ein paar minuten mich da rein finden so war ich ja war ja noch das eine was ich mal mitgebracht habe so ich will mal gucken analysieren von mein geben wer ist denn das hier deck das ist deck weiblich können wir ja deck eigentlich und gehen warum das aber schon ein kreis also kein kreis sondern ein kreis naja so das hier ist dor erwachsener männlich single so und wo ist denn jetzt unser andere heine hier zwei fruchtbar ok äh das gehe hier in den rüber jetzt kann ich mir dann halt diesen affen angucken das ist die weiblich genau k vom park sich mit kwe krw klug hat sich mit k wo ist k ja ich glaube dann doch am besten mal bei ihr aber die dafür muss aufleuchten der hat eben so aber ich störe jetzt nicht hier hat sich mit kuh aber wo ist denn kuh weg mal keine ahnung wo ist denn kuh so da hinten ist noch einer da ist noch was gelbes das ist noch gar nicht stank geria okay so wer ist das jeck ich sag mal jeck das ist auch nicht einpräge so warum ist das auch gedrückt halten so guck ich mal was haben wir denn hier so guck ja gut bringt erst mal was entwickier Ah, was ist das wohl? Intelligenz, das ist ein Stein, war das Fragezeichen? Ah, das ist wieder gelb. Ich krieg das irgendwie nicht hier? Das muss doch jetzt untersucht werden, was das sein kann. Das ist Octavian. Ich krieg das nicht. Merkwürdig. Das Grüne. Wenn ich jetzt hier das Grüne habe, dann zeigt das mir an, dass es die Wunder wäre. Genau, die kann ich essen. So, dann nimmt der Affe sich mal ein. Und Mampf erst mal. Also sie. Genau, du kannst auch essen. Äh, wer bist du denn hier? Das ist der andere, ne? Na, ich muss erst mal mich hier wieder pflegen und so weiter. Da kann ich das untersuchen und so weiter. Aber bei dem anderen Buch da eben, geht das gar nicht. Merkwürdig. Äh, aber ich muss ja hier noch irgendwie ein Bett bauen. So, wie baue ich jetzt ein Bett? Ich kenne hier einen Ass, so. Äh, jetzt muss ich mal sehen, ich kann. Aber wie nehme ich jetzt den Ass in die andere Hand nochmal? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Nee, jetzt ist er. Okay. Hm. Hier sind doch so kleine Steine, muss ich doch einen irgendwie nehmen können. So, also guck ich nur den an. Äh. Geben wir mal irgendwie Stein. Wo ist denn einer? Da ist auch noch so viel Geld. Ach, das ist ein kleiner, guck mal. So, was haben wir hier? Alle mal die Pflanze. Oh, da ist auch noch mal die Pflanze. Oh, da ist auch noch mal die Pflanze. Ich nehme den mal hochgepackt. So. Ähm. Wie sehe ich denn das noch in die andere Hand? Vielleicht kann ich das noch gar nicht in die andere Hand wechseln, oder? Ja. Ich kann es immer nur nehmen und ablegen. Das klingeln. Was widerspricht. Ich eröffne. Aber wo ist denn jetzt die andere Appel hin? Karpau, was ist das? Wollen wir sich da oben? Kuh. Da ist Kuh. Was macht der denn da oben? Ich glaube, sie ist müde, wie es aussieht. Dann lege ich mich mal hin. Lass die Zeit mal ein bisschen laufen. Sagen wir so 16 Uhr, sind wir gut ausgeruht. Nahrung sieht gut aus, Wasser sieht gut aus, Schlaf sieht gut aus. Also der andere ist da oben. Ja. Alles klar. So, wer ist da oben? Wenn ich mal gucken, gehe ich erstmal da hoch. So, der wartet da oben, sozusagen. So, da ist ein Vogel, ne? Moment. So, Ei infizieren. Das kennt er noch nicht. Oder sie noch nicht. Gaukse-Ei. So, einmal kurz essen. Eigentlich alles Fresser werden. Dein Stamm kann noch keine Nährstoffe von Eiern aufnehmen. Verbessern aber deine Dopamin-Kapazität. So, ja, hier ist leider die andere, die ja draufgegangen ist durch den Kumpelsen. Ja. Äh. Hoppala. Äh. So. Äh, Gegenstand taufen. Ne, warum? Ist auch egal. So, das kann er essen. Alles klar, äh. Äh, irgendwie was mit Werkzeug machen. Das haben die noch nicht so gelernt. Ähm, pflegen. Ich pflege mal. Oh, komm mal her. Schön, graule, graule machen. Das ist doch schön hier. Das hat doch jeder gern. Graule, graule. Gut, das reicht. So, ähm, wir müssen ja noch einiges lernen. Nur jetzt mal gucken, wo gehen wir denn am besten hin. Was war der denn noch auf uns hier? Da ist noch irgendwas. Okay, das ist das. Ich nehme mal an, das ist, äh, ja. Wir müssen mal gucken. Oha, da ist noch so viel. Und das hier in der Nähe. Alles klar. Da bleibt doppelt. Gut, die Carpockfaser. Das sind diese ganzen Heilmittel, nehme ich immer an. Ähm, da unten ist noch was. Intelligenz. Okay. Kann da mal gucken, wie ich da, wo, wann, was verbessern kann und so weiter. Immer am meisten hier Carpock, diese Dinger. Da hinten ist ein Fragezeichen, was das auch immer sein mag. Wieder Carpock. Erstmal, was ich von hier oben aus alles so sehen kann, mitnehmen. Okay. So, da unten ist ein Fragezeichen. Ich will mal gucken, ob ich da hinkomme. Also, wie auch immer jetzt. Ähm, lass mich mal hier runter. Was habe ich hier? Moment, wie war das mit Fettzeiten? Ach, das kann er so nehmen. Hat er einen langen Arm. Höh. Äh, da unten wollte ich mal hin. Auf dem Boden ist es natürlich auch gefährlich, klar, aber... So. Hm, hm, hm. Immer schön gucken. Hopp. Ähm, hm. Ähm, hm. Mammela. Ähm. Krabbel, 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 krabbel. Ich krabbel vor sich, habe aber mal hier... ...runter. Da ist was blaues. Da ist was blaues. Ich kenne das blaue von. Ähm. Hm. Okay. Was ist das für ein Geruch? Einprägen. Mal gucken, was ist das für ein Geruch da? Was kriegen wir hier? Ich dachte, die roten... Okay, ich ziehe das mal ab hier. Hm, lecker essen. Und du, Kleiner? Ähm. Oh, das andere ist eh irgendwo ein bisschen weiter oben. Das ist eh irgendwo da, aber da oben. Ähm. Wo komme ich da am besten hin? Ich höre mal vielleicht... Ja gut, den einen Baum da hoch. Wollen wir mal gucken. Sieht auf jeden Fall... ...schon mal gut aus. Ähm. Ja gut, aber hä hä. Darüber ist wohl doch ein bisschen... Mal gucken, wie's man hier denn aussieht. Aha. Der... Das geht hier so rüber? Okay. Ähm... Ähm... Oh je, das sieht doch ein bisschen hoch aus, würde ich mal sagen. Ähm... So, Moment. Äh... Hm... Ich doch... Na, ich weiß nicht, was... Äh... Ich bin da noch nicht so mit der Steuerung... ...so vertraut, aber... Okay, wo mir das könnte gehen... Ja... Da versuche ich das dann doch erstmal lieber... ...zu springen, wo es dann nicht so hoch ist und dann... Hoppala... ...wahr nicht runter... So... Mal gucken... Ähm... Das ist da oben... Nein, nein, nein... Äh... Was macht das denn da oben? Ah... Bapapapa... Okay, ich geh mal hier hoch... Ah... Warte mal... Hier runter... Dann hier lang... Ja... Aber das ist ja... In der Luft... Schlaf... Ähm... Okay, ich habe irgendwas entdeckt... Die Schwesterbögen... Okay... Die Schwesterbögen... Eine Sehenswürdigkeit... Meine erste... Wofür ich weiß... Die Schwesterbögen... Die Schwesterbögen... Aha... Okay... Gut... Was das auch immer ist... Aber das wird das zeigen jetzt... Die Schwesterbögen... Die Schwesterbögen... So... Dann... Die Schwesterbögen... Ähm... Fragezeiten... Ja... 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 Ist ja gut... So... Ja... 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 Wow... Ähm... Kann man mal da drauf gehen? So... Dann kommen wir hier rüber... Ja... Oh... Hopp... Alles gut... Hinlegen... Wieso hinlegen? Kann sich hier einfach so hinlegen... Ich schlaf mal... Keine Ahnung... Er träumt von... Was ist das? Antilope oder was da? So... Okay... Das andere ist jetzt nicht so dolle... Ähm... Lolololololololo... So... Ähm... Da komm ich hoch... Joa... Äh... Hm... Aber hier ist nix... Oh... Oh... Da unten ist ne Flange... Oh... Ho... Kehölzen... Gut... was ist das da unten ist das die ja das ist die flange da unten blattgrüne mamba ok würde ich mal sagen die traf sich erst da hinten rum aber hier runter über das wasser das ist weg soll nicht weg sein moment was habe ich denn hier noch alles und und Da sind wieder diese Dornen. Da kann aber nur was man dran riechen. Das sind diese Dinger, da kann ich mal mit nichts machen. Da unten auch wieder. Foco, ich mach Foco und dann... Angst vor dem Unbekannten, nutzt du deine Sünde? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, da hinten ist ein Licht. Ach, wenn Panik ist, dann läuft da irgendwo automatisch hin, kann ich nicht viel machen und dann sollte ich irgendwie ein Licht laufen, habe ich gelesen. Okay. Ja, ist gut jetzt. Im Moment bist du wieder sicher. Oder auch nicht. Hier oben ist er wieder sicher, hier fühlt er sich wohl, aber war da hinten dann wieder... Alles klar, das kennt er nicht, den Bereich. Da ist ein Versteck. Dann Geria. Oder auch nicht? So, mal gucken, fünf Stück. Den hatten wir vorher überhaupt nicht gesehen. Ich habe mich doch gerade in das Versteck noch kurz vorher aufs XP gedrückt, aber hat da nichts mehr geholfen. Ja, bist du satt, ne? Äh, ja, ja. Ach, danke. So, hier kommt das wilde Tier nicht hoch. Aha. So, ich gehe jetzt mega hoch. Ähm... So, wo sind die anderen? Man hört nichts, also... Kann ich so erkennen, wo ich da hin muss. Flichte kleine Erschaffen? Nachhause? Eieieiei. Äh... Hm... Ich kann die anderen auch gar nicht erkennen, wo die sind. Hm... Ich kann die anderen auch gar nicht erkennen, wo die sind. Was haben wir da unten? Ein Versteck? Okay... Komm, Kleiner. Versteck dich erst mal. Eieieieiei. So, Moment, lass das mal. So, jetzt muss das mal wieder gucken, wo ist er denn? Ähm... Ähm... Versteck, versteck, versteck. Versteck, versteck, versteck. Jetzt kommt er mir von... War es nicht die Richtung oder so? Oh... Eieieiei, wo ist er denn, wo ist er denn? Es scheint ja noch weit weg zu sein. Kann ich so ganz genau erkennen, wo das jetzt herkommt, das Geräusch. So, Moment, ich bin hier dicht am Boden. Da ist ein Versteck, oder? Ich weiß aber... Moment, äh... Oh... Okay, ich komme! Ich war dumm, wenn ich ihn zukomme. Ah... Ah... Nee... Krani-Tesel... noch ein fälse aber ja die olle sauber ist wieder da wieso hat er sich das gebrochen die ist mir doch gar nicht berührt die sauber naja panik lass doch mal panik hören natürlich nicht gucken blöd ok ja gut jetzt muss ich erstmal gucken hier fußwasserquelle schachtelhalm toter zweig wo haben wir denn das andere zeug wieder lange drücken man das kentern doch nicht das ist ein bisschen Wo ist denn jetzt hier das andere Zeug, was ich da habe? Ich hatte vorher so viel davon, ich sehe hier gar nichts mehr. Aua, Aua, Bein verletzt ey, das mit dem Fettbauen, das wird wohl noch warten müssen. Hier ist es ein Fettbauen, das ist ein Fettbauen. Wo muss doch was sein? Wo ist denn dieser? Ich bin davon auf dem Weg, Mann. Ich finde die Dinger nicht mehr hier. Moment. Ich würde gerne mal ausprobieren, ob das die Dinger sind, womit man sich da heilen kann, aber im Moment haben wir noch kein Ding davon. Hier runter, komm. Ah, jetzt bin ich ja hier und ist eigentlich gar nicht mehr verletzt. Oh. Aua. Ach Mensch, ey. Dann sieht das so aus, als ob man die da fett halten kann, sondern doch nicht. Oh. Man hört irgendwo was schreien, aber man kriegt das irgendwie nicht raus. Wo das ist, wo das herkommt, Mann. Ah, was ist denn jetzt wieder los, ey. Ich kann jetzt nicht mal in Ruhe gucken, wo was ist, Mann. Überall bist du da irgendwie angegriffen von irgendwas. Man erkennt auch so überhaupt nichts, ey. Das ist doch... Ah, da weiß man gar nicht, wo man hin, sondern man sieht die Umgebung überhaupt nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr erkennen, wo ich jetzt da hin muss, ey. Wenn die da so eine Panik haben. Das ist ein Versteck. Da stand doch eben dran, verstecken. Hallo. Drückt und drückt und drückt und drückt, ne. Warte mal, wo kann man denn hier... Bauer ein Schlafplatz, ja wie denn? Ich drück doch alle Tasten, die ich hier habe. Ich kann weder was auswählen noch sonst irgendwas machen. Wo função... Jetzt hab ich dit. Um. hier lang läuft man hört das irgendwie kommt aber habe ich da unten versteckt das ist das nicht kommt kein zeichen da hinten irgendwo bei einem baum ich versuche sie zu retten was kann jetzt wieder so 80 flange der toll abdruck lange Wie kann er noch nicht so kämpfen? 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 Wie kann er noch lange und schweinig vielleicht im Moment hinkommen? Wie kann er noch nicht so kämpfen? 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 Hallo, da bist du ein Urherr, wie bist denn du da hinten? Anwerben, was? Okay, ja, ist ja gut. Wo ist denn jetzt hier unser Zuhause, Meng? Das war... Da hinten. Ah, Jackie, da nur noch rum. Das ist ja... Na, komm doch mal her. Ey, dieses umdrehen. Okay, aber der will jetzt so noch nicht mit, wie es aussieht. Äh, oh Gott, ich muss aufhören. Äh, bis zum nächsten Folge. Bye, bye. Bye.